Lebensgefährliche Schlamperei auf Ihre Kosten, worauf Sie bei Ihrem Mietwagen im Urlaub auf jeden Fall achten sollten. Außerdem. Guten Abend. Ein Handy reparieren zu lassen ist meist ziemlich teuer. Muss aber nicht sein. Man kann ja über alles reden. Oder es zumindest versuchen. Wer repariert ohne Rechnung? Unsere Reporter haben sich mit einem Experten auf die Suche nach schwarzen Schafen gemacht und sind auf dreiste Handyverkäufer gestoßen. Mit dem Mietwagen im Urlaub durch die Gegend fahren, das macht Spaß und man lernt Land und Leute kennen. Aber wie sicher sind eigentlich die Autos? Wir haben zwei Reporterinnen losgeschickt. Eine in die Türkei und eine nach Mallorca. Eins kann ich Ihnen schon mal verraten. Bei diesem Test haben sich die beiden in Lebensgefahr begeben. So romantisch hatten sich Karin und Marco ihre Hochzeitsreise vorgestellt. Ganz urig im Zelt. Um auf Nummer sicher zu gehen, haben sie einen Campingplatz mit fünf Sternen reserviert. Aber statt im siebten Himmel landen sie beim unfreundlichsten Campingplatzbesitzer Deutschlands. Ein klarer Fall für Urlaubsretter Michael Bauer. Mit einer wirklich schönen und starken Frau Sylvie frecht voll in die Arbeit stürzt. Dazu gleich mehr. Vorher spielen wir im Supersumo um 1000 Euro. Sagen Sie uns, was ist das denn hier? Lecker ist das. 01379 44 22 22. Und es gibt einen tollen Preis obendrauf. Willkommen zurück mit einer unglaublich starken Frau, Sylvie van der Vaart. Nach der schockierenden Diagnose Brustkrebs gibt sie uns jetzt das erste Interview nach der OP. Und spricht darüber, wie die Chemotherapie nun zu ihrem Alltag gehört. Das war's vom Magazin. Morgen sehen wir uns wieder. Ich zähle auf Sie. Jetzt noch einen schönen Abend und viel Entspannung mit Anna und die Liebe. Bis dahin. Tschüss.